...hätte er wohl zum Bild von der Kamera statt von der Wachstafel vergriffen. Die Einverstehung ist jedoch in beiden Fällen die gleiche. Die meisten Menschen würden heute im Brustton der Überzeugung vornehmen, die Hauptaufgabe des Bewusstenseins bestehe darin, Erlebnisse und Drücke zu speichern. Sie abgültig festzuhalten wie eine Kamera, damit sie für später in Betrachtung zur Verfügung stehen. So könnte man meinen. Darüber beantworten Sie jetzt die folgenden Fragen. Schlägt die Tür des Zimmers in die Sichtbefunden rechts über links an? Welches ist jetzt vor der Extra-Film? Wie viele Zähne sehen Sie bei den Zähnepulsen? Falls Sie Raucher sind, welche Namen auswählen verhaltenen, befinden Sie sich in den roten Atmos, den Sie gewöhnlich als Geräten ziehen? Und in welcher Reihenfolge von links nach rechts sind Sie mit Schächten konzentriert? Schreiben Sie, ohne sich umzudrehen, alle Gegenständen auf, die sich in der Wand hinter Ihrem Rücken befinden und rufen Sie da an. Ich schätze, Sie werden staunen, wie wenigstens ich von den vermeintlichen Bildern, die Sie aus so viel vorangegangen gekauften und zahlten Rücken aufgespeichert haben, bewusst für die Gegenwart liegen können. Wenn die vertraute Tür plötzlich links statt rechts anschlügeln, wenn einer Ihrer Finger nur lachen, länger geworden wäre, oder wenn Sie plötzlich einen Zahn mehr als früher im Gebiss hätten. Da das Fenster im Rücken ein Urgriff gekommen hätten, dann würden Sie das auf dem Anhieb erkennen und bewiesen wäre, dass Sie auch den früheren Zuschauern kannten. Denn dass er Ihnen nicht bewusst war, ließ es der für Psychologen allvertraute Unterschied zwischen der Erkennung der Erinnerung. Was Sie erinnern, das heißt bewusst ins Gedächtnis zurückrufen können, ist nur ein Fingerhut voll im Vergleich zu den weitem Ozean Ihres faktischen Wissens. Falls Sie nicht irgendwann einmal auf die Gegenstimme an Ihrer Wand besonders geachtet und nicht zufällig diese Wand vor kurzem geputzt oder vor kurzem gestrichen haben, werden Sie staunen, was alles über Ihre Ausziehung ausgelassen hat. Und jetzt überprüfen Sie das Ganze einmal nicht über Selbstmord. Haben Sie sich nicht in jedem Fall einzig gefragt, was da sein müsste? Waren es nicht viel mehr Überlegungen und Schlussfolgerungen und nicht zu sehr irgendein Bild, wovon sich dabei leiden ließen? Die bewusste Rückschau besteht nicht im Wiederauffinden von Wahrnehmungsbildern, sondern im Wiederauffinden von Sachverhalten, deren wir uns zu einem früheren Zeitpunkt einmal bewusst waren und in der Verarbeitung dieser Elemente zur internationalen und abwassenden Zusammenarbeit. Das Gleiche lässt sich aber auf anderen Wegen weisen. Denken Sie bitte daran, wie Sie das Zimmer vertragen, wie wir sie jetzt sind, um dieses Buch zur Hand nehmen. Betrachten Sie den Vorhang in der Hinschau und fragen Sie sich jetzt entsprechenden Wahrnehmungsvorstellungen, die Sie haben, um die tatsächlichen Wahrnehmungsfelder, in denen Sie eintragen, sich hinsetzen und zu lesen bedanken. Sehen Sie sich in Ihrer Vorstellung nicht vielmehr ganz so personisch zu tun, und das Ganze vielleicht sogar aus der Vogelperspektive. Sehen Sie sich nicht und sei es auch nur verschwommen, Platz nehmen und das Buch enthalten. Dinge, die Sie niemals so erlebt haben, außer Ihnen jetzt in Ihrer Introspektion. Und können Sie sich die mit dem Feuer verbundenen Geräuschfelder vergegenwärtigen oder Ihre Augen empfinden, wie es sich nehmen lässt, was vielleicht mal ein Fuß nach dem Sitz verladen und das überhaupt schon rücken. Selbstverständlich werden Sie da lachen, wenn Sie lange genug nachdenken, dass unblickend vorgestellte Geschehen so zu überarbeiten, als in der Tat das sehen, was Sie genau von einem Betrieb des Zimmers gesehen haben können, was Sie der Stuhl rücken und was wir heute schon ausprobieren, um es gut zu haben, und die Augen auf die neuen Spüren. Ich behaupte jedoch, dass dabei ein starkes Leben von schulferischer Fantasie und die Verhältnis von mir mit zwei Stunden Narrativierung geprüft, noch nie akzeptiert, wie lange dort ist. Fantasie, die das dann eben nicht wiedergibt, wie es tatsächlich war, sondern wie es heute gewesen sein können. Allerdings zweifle ich nicht, dass Sie in jedem der Gedankenfälle auch in der Lage wären, sich auf dem Weg der Schlussfolgerung eines subjektiven Sicht des Erlebnisses zu erfinden und dabei sogar überzeugt zu sein, es handelt sich um ein wirklichkeitsbetreues Erinnerung. Erlebnisse 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 Erlebnisse